In der CDU-Fraktion spricht jetzt die Kollegin Gerda Haselfeld. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Bei so mancher Rede heute, gerade auch bei der letzten, wundere ich mich immer wieder, wie man eigene Ergebnisse, eigene Arbeitserfolge einfach so schlechtreden kann und sich von dem, was man gemeinsam in dieser Koalition beschlossen hat, zum Wohl der Menschen distanziert und dann wieder verpuffen lässt. Wir haben erfolgreich regiert. Und ich wundere mich auch bei so mancher Rede, die ich heute gehört habe vonseiten der Opposition, aber auch vonseiten mancher Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion, wie das Land dargestellt wird. Da frage ich mich manchmal, in welchem Land leben Sie eigentlich? Von welchem Land reden Sie? Tatsache ist, dass es den Menschen im Land gut geht, dass es ihnen besser geht als vorher. Und das spüren Sie auch. Applaus Wer das nicht wahrhaben will, der braucht bloß einmal ein bisschen vergleichen. Die Situation nach der rot-grünen Regierung im Jahr 2005 bei der Übernahme der Regierungsverantwortung durch Angela Merkel und der jetzigen Situation. Damals 5 Millionen Arbeitslose, heute weniger als die Hälfte. Damals, zwischen 2002 und 2005, 1,5 Millionen weniger sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, seit 2005 plus 5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte. Damals, viermal in Folge, die Maastricht-Kriterien verfehlt. Heute, während der ganzen Legislaturperiode, keine neue Verschuldung. Das ist die Bilanz dieser Regierung im Vergleich zur Bilanz Ihrer Regierung. Dass die Menschen deshalb Rot-Grün und Rot-Rot-Grün nicht vertrauen, weil sie dieses noch im Hinterkopf wissen, weil sie noch die Erfahrungen haben von 2005. Das ist meines Erachtens verständlich. Aber machen Sie bitte nicht den Fehler, dass Sie das Land schlechtreden und dass Sie damit den Fleiß der Menschen schlechtreden. Denn dieser Erfolg, der Erfolg der letzten Jahre, hängt auch mit dem Fleiß der Menschen im Land zusammen. Und er hängt zusammen mit einer guten Regierung in Berlin. Aber wir werden uns darauf nicht ausruhen. Jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Und es ist unbestritten. Die beste Sozialpolitik ist, den Menschen Arbeit und Beschäftigung zu geben. Und deshalb ist auch unser Ziel voll Beschäftigung. Dafür brauchen wir aber nicht das Rad neu erfinden. Denn die erfolgreichen Jahre der letzten, dieser Periode zeigen ja schon, dass wir richtig gelegen sind. Mit den Zielen und den Maßnahmen, nämlich solider Haushalt, keine Steuererhöhung, stabile Sozialversicherungsbeiträge, Investitionen zielgerichtet in die Infrastruktur, in Digitalisierung und auch in Bildung und Forschung. Das, meine Damen und Herren, waren die Maßnahmen, die zum Erfolg geführt haben. Und da brauchen wir nichts was Neues machen, sondern da an diesem Kurs festhalten. Das ist das Erste. Dazu kommt aber noch eine zweite große Herausforderung, die wir in diesem Jahr, in dieser Legislaturperiode durchaus begonnen haben. Das ist die Antwort auf die Entwicklung in der Arbeitswelt, die Digitalisierung und die Infrastruktur und das Nachholen in der Infrastruktur im Verkehrsbereich. Und gerade in diesen beiden Sektoren sind in dieser Legislaturperiode Weichen gestellt worden. Und gerade in diesen beiden Sektoren werden wir auch künftig investieren. Der Finanzminister hat es vorhin angesprochen. 35 Prozent mehr Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, eine Zunahme in die Breitbandinfrastruktur. Und wenn dann gerade von Seiten der Grünen, wie es vorhin von Özdemir gekommen ist, dann auch noch beklagt wird, dass aus dem Verkehrsministerium nicht die richtigen Weichen gestellt wurden, dann, meine Damen und Herren, dann schauen Sie doch mal in die Regionen hinein. Wer blockiert denn vor Ort die Verkehrsprojekte? Das sind nicht wir, das sind weitenbereitende Grünen. Wir haben aber auch noch andere Situationen, wenn es darum geht, die Beschäftigungssituation zu verbessern. Ich nenne hier das Stichwort Automobilindustrie. Ja, das, was da an Manipulationen vorgefallen ist, das hat viel Vertrauen zerstört. Vertrauen in eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Branche unserer Wirtschaft. Worum geht es jetzt? Jetzt geht es darum, die Grenzwerte einzuhalten und gleichzeitig aber die Arbeitsplätze von Hunderttausenden von Menschen in der Automobilbranche nicht zu gefährden. Und es geht darum, für 16 Millionen Diesel-Kfz-Besitzer auch diese nicht zu beschädigen. Diese Aufgabe steht vor uns. Umwelt, Arbeitsplätze und Menschen vor Ort, die diese Autos fahren. Die Maßnahmen, die dazu jetzt auf den Weg gebracht werden, sind meines Erachtens die richtigen. Maßnahmen, die gestern noch beschlossen worden sind oder auf den Weg gebracht worden sind und auch Maßnahmen, die in dem vergangenen Gipfel angesprochen wurden und im November realisiert werden sollen. Dazu kommt aber noch ein weiteres. Es ist heute vielfach die Rede gewesen von Armut, von Alterssicherung, von der Situation, wie beschäftigen, wie kommen wir mit den Langzeitarbeitslosen zurecht. Ja, jeder Arbeitslose ist einer zu viel. Nur mit den Mitteln, mit denen die Sozialdemokraten meinen, die Probleme zu lösen, werden wir sie nicht lösen. Nämlich mit einem Weiterbildungskonto von 20.000 Euro für jeden oder auch mit der Verlängerung des Arbeitslosengeldbezugs. Meine Damen und Herren, das bringt keinen zusätzlichen, aber auch keinen einzigen zusätzlichen Arbeitsplatz. Es kostet aber, und zwar ganz gewaltig, ganz gewaltig. Mehrere Hunderte von Milliarden sind da im Gespräch. Aber das alles ist das übliche Muster der Sozialdemokraten, nämlich Verschuldung, Verschuldung, Verschuldung. Es macht ja nichts aus, das Geld kommt von irgendwo her. Und irgendwo hat die Frau Thatcher, die frühere Premierministerin, schon recht, als sie sagte, einmal das Problem der Sozialisten ist, dass ihnen irgendwann einmal das Geld anderer Leute ausgeht. Genau das trifft den Kern. Es wurde vorhin auch mehrfach von der Rentensituation gesprochen. Wir haben der Rentenreform, die unter dem Kanzler Schröder und dem Arbeitsminister Münzeferin beschlossen wurde, zugestimmt. Und die Eckwerte, die damals die Grundlage waren, vom Rentenniveau bis hin zum Rentenbeitragssatz, sind heute günstiger, sogar günstiger, als sie damals, auch für heute, prognostiziert wurden. Das ist die Wahrheit. Und deshalb sollte man gerade bei diesem Thema, das in der Vergangenheit immer im großen Konsens, meines Erachtens zu Recht, im großen Konsens des Parlaments entschieden wurde, dieses Thema auch nicht zu Wahlkampfzwecken missbrauchen und die Leute dabei verunsichern. Wir haben momentan hier keinen Handlungsbedarf, aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung, nicht zuletzt. Und das, was wir in künftigen Jahren zu entscheiden haben, das soll in einer Kommission mit Fachleuten und Politikern erarbeitet werden, mit einer Zeit, die man sich dafür nimmt, nicht im Haruck-Verfahren. Das sind wir der jüngeren Generation, den Beitragszahlern und der älteren Generation schuldig. Denn beides gehört gerade bei der Rentenversicherung beachtet. Lassen Sie mich aber auch zu einem Thema einige Worte verlieren, das heute, wenn ich das richtig verfolgt habe, in der Debatte kaum eine Rolle gespielt hat. Das war die Situation, wie gehen wir denn mit der Steuerbelastung in unserem Land um. Ich habe vorhin davon gesprochen, wir wollen auch künftig den Kurs fortsetzen, keine neuen Schulden, keine Steuererhöhung. Und durch die Solidität der Wirtschafts- und Finanzpolitik der letzten Jahre haben wir jetzt Spielraum, weil die wirtschaftliche Entwicklung auch so gut läuft, dass wir den Steuerpflichtigen auch etwas zurückgeben können. Und deshalb ist es an der Zeit, 27 Jahre nach der Wiedervereinigung, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen. Und es ist an der Zeit, auch eine Einkommensteuerreform mit einer Entlastung der Einkommensteuerzahler zu machen, und zwar mit einer Entlastung für alle. Das unterscheidet uns ganz wesentlich von den Vorschlägen der Sozialdemokraten und vieler anderer. Wir wollen eine Entlastung für alle. Vom Facharbeiter bis zum Mittelständler. Wir wollen nicht eine Belastung für die Leistungsträger unserer Gesellschaft, so wie es in den Vorschlägen der SPD enthalten ist. Denn da hat man den Eindruck, die Leistungsträger unserer Gesellschaft sind bei der SPD die Melkkuh der Nation. Zur steuerlichen Entlastung gehört aber auch die Entlastung der Familien. Ich halte nichts davon, dass man da immer über einzelne Aspekte diskutiert, sondern das, was wir unseren Kindern und Enkelkindern mitgeben können, ist in der Tat die beste Bildung, ist in der Tat die beste Erziehung und sind intakte Familien. die auch in der Lage sind, materiell auch in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen. Deshalb ist es auf der einen Seite notwendig, dass wir im Bildungsbereich nicht jetzt nur eine Forderung stellen, an wen auch immer, dass mehr Geld zur Verfügung gestellt werden soll, wie es manche tun im Bereich der Forderung an den Bund, sondern dass jeder seine Verantwortung wahrnimmt an der Stelle, an der er sie hat. Warum sind in Bayern beispielsweise die Schulen intakt? Warum gibt es in Bayern keine maroden Schulen und diese maroden Schulen in Nordrhein-Westfalen? Warum sind die Stundenausfälle, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und anderen SPD-regierten Ländern? Die Verantwortung, der Finanzminister hat es vorher deutlich gemacht, die Verantwortung gehört zur Kompetenz dazu. Und da müssen wir immer wieder darauf achten. Das gilt im privaten Bereich genauso wie im öffentlichen Bereich. Und das Zweite. Und das Zweite. Wir wollen die Familien stärken. Und deshalb wollen wir in der nächsten Legislaturperiode das Kindergeld erhöhen, kräftig erhöhen, 25 Euro im Monat. Und wir wollen auch den Kinderfreibetrag anpassen, an den Freibetrag der Erwachsenen. Denn die Kinder sollten steuerlich genauso behandelt werden im Freibetrag wie die Erwachsenen. Das ist unser Ziel. Wir werden das anhand der finanziellen Möglichkeiten realisieren. Meine Damen und Herren, in all diesen Monaten, der letzten Jahre insbesondere, haben wir deutlich gemerkt, Terrorismus, Gewalt, Kriminalität, das alles macht an den nationalen Grenzen nicht teil. Und wir haben alle miteinander immer wieder bei all den Anschlägen, aber wir erleben es ja fast tagtäglich, erfahren, dass unsere Sicherheitskräfte, unsere Polizeibeamten, genauso wie die Soldaten im Ausland und im Inland, aber auch die haupt- und ehrenamtlich Tätigen in den Sicherheitsorganisationen eine ungemein wichtige, aufopferungsvolle Arbeit leisten. Sie verdienen unseren Dank und unsere Anerkennung. Aber davon alleine haben Sie noch nichts. Wir müssen für Ihre entsprechende personelle Ausstattung, für Ihre sachliche Ausstattung, für Ihre Befugnisse auch kämpfen und arbeiten. und diese zur Verfügung stellen. Da geht es um Videoüberwachung, da geht es um Abschiebehaft, da geht es um die elektronische Fußfessel, da geht es um Schleierfahndung. Und ich frage mich schon oft, warum in Bayern diese Instrumente gehandhabt werden, angewandt werden und in anderen Bundesländern nicht. Die Sicherheit der Menschen ist in allen Bundesländern gleich viel wert und die Verantwortlichen dort müssen diese Instrumente auch anwenden können. Deshalb habe ich auch kein Verständnis dafür, wenn in Berlin in Bezug auf die Videoüberwachung da rumgeeiert wird. Und bei all dem, genauso bei der Einbruchskriminalität, haben wir in der Union nie ein Hehl daraus gemacht, dass uns die Sicherheit der Menschen von ganz eminent und großer Bedeutung ist. Das ist Markenkern unserer Politik. Und deshalb haben wir auch in vielen Verhandlungen, das gehört zur Wahrheit, innerhalb der Koalition, hart dafür gekämpft. Und gerade bei der Abschiebehaft von Gefährdern beispielsweise musste es leider den Anschlag am Breitscheidplatz haben, damit die Sozialdemokraten dann auch bereit waren, dieses mitzugehen. Das ist Wahrheit. Meine Damen und Herren, die erfolgreichen Jahre dieser Legislaturperiode und der Jahre davor, dass diese erfolgreichen Jahre sind ein Stück weit verbunden mit unserer Arbeit hier im Parlament. Wir möchten, dass die Menschen auch nach der nächsten Legislaturperiode – regen Sie sich doch nicht so auf, es ist ja nur die Wahrheit, was ich gesagt habe, da brauchen Sie noch. Wir möchten, dass die Menschen nach dieser nächsten Legislaturperiode auch sagen können, ja, es geht uns gut. Wir möchten, dass Sie sagen können, es geht uns besser als vorher, dass Sie auch nach vier Jahren sagen können, wir sind so wie jetzt auch ein Hort der Stabilität und des Wohlstands, und darauf sind wir stolz. An diesem Erfolg haben viele Debatten hier im Haus auch beigetragen, Debatten, die wie heute mit großer Leidenschaft geführt werden. Und trotz dieser Leidenschaft habe ich doch überwiegend den Eindruck, dass diese Debatten geführt wurden und werden im Respekt, im gegenseitigen Respekt voreinander. Ich möchte dafür sehr herzlich danken, dass diese Debatten stattfinden konnten in einem Haus, das großes Ansehen in der Bevölkerung hat, dass dieses Ansehen von Seiten der Bevölkerung in den letzten Jahren auch noch gestiegen ist. Das haben wir dem Bundestagspräsidenten Norbert Lammert ganz wesentlich zu verdanken. Und deshalb möchte auch ich ihm sehr herzlich für seine Führung des Hauses danken und ihm alles erdenklich Gute wünschen. Applaus Und ich danke Ihnen für die kollegiale Zusammenarbeit, für die vielen interessanten Diskussionen und Begegnungen, auch für die streitigen Diskussionen. Auch ich empfinde die 30 Jahre, die ich in diesem Parlament mitarbeiten durfte, als großes Geschenk. Ich bin dankbar für die Möglichkeit, meinem Land und den Menschen im Land so lange dienen zu dürfen und wünsche allen, die künftig in diesem Hause arbeiten, eine glückliche Hand und Gottes Segen und denen, die mit mir ausscheiden, auch viele glückliche und gesunde Jahre. Liebe Gerda Hasselfeld, das war Ihre letzte Rede nach 30 Jahren zugehörigen